Söndchen, die André-Läubel-Show. Warum es so wichtig ist, dass du deine Energie oben hältst. Gerade mit dem, was im Moment so in der Welt loslässt. Es ist ja relativ einfach, sich aufzuregen über alles Mögliche und auch vielleicht sogar traurig zu sein oder in eine negative Stimmung zu verfallen oder vielleicht sogar zu denken, oh mein Gott, es geht alles den Bach runter, wer weiß. Dennoch ist es wichtiger denn je, dass du deine Schwingung oben hältst, dass du deine Leichtigkeit beibehältst, dass du deine Energie weiter oben hältst und dass du weiter leichtfüßig und mit Freude in der Welt unterwegs bist. Denn das ist genau die Energie, die die Transformation bringen wird. Denn die Transformation wird nicht kommen, weil irgendein Kampf gewonnen wird gegen die da. Sondern die Transformation wird dadurch kommen, dass so viel Liebe in der Welt ist, so viel Leichtigkeit, so viel gute Energie, dass die dunkle Seite einfach so immer mehr schrumpft, 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 schrumpft und dann so plupp einfach weg ist. Das heißt, gerade jetzt ist es unsere Aufgabe, die Energie hochzuhalten, freudig zu sein und auch alles dafür zu tun, damit wir die schönen Dinge auch wahrnehmen jeden Tag. Dass wir uns freuen, dass wir dankbar sind. Dankbar für die kleinen und großen Dinge in unserem Leben. Dankbar, dass wir morgens einigermaßen gesund aufstehen können. Dass wir auf unseren eigenen zwei Füßen stehen können. Dass wir uns die Zähne putzen können. Dass wir fließendes Wasser haben. Dass wir es warm haben. Dass wir in einem so schönen Zuhause wohnen. Dass wir liebe Menschen in unserem Leben haben. Dass wir liebe Wesen in unserem Leben haben. Und dankbar dafür sein, dass wir heute wieder etwas tun können, um diese Welt vorwärts zu bringen. Dass wir heute wieder rausgehen können, um unseren Unterschied in der Welt zu machen. Dass wir heute wieder was dazu beitragen können, dass das Leben von anderen Menschen besser wird. Weil das ist nämlich ein mega Geschenk. Wenn wir einfach rausgehen jeden Tag und diese Welt in unserer kleinen Ecke ein Stück weit besser machen. Denn es gibt so viele Dinge, die wir jeden Tag tun können und die wir auch jeden Tag bewegen können. Um einfach auch weiter unsere Energie oben zu halten. Wir können uns immer wieder dafür entscheiden, uns ein Stückchen mehr zu öffnen. Auch wenn wir Dinge sehen, die uns nicht gefallen. Wir können uns dann zum Beispiel sagen, das kann ich auch wahrnehmen, wenn ich geöffnet bin. Und ich habe auch keine Angst davor. Und es macht mir keine Angst. Und dass wir einfach unser Sein, unser Bewusstsein auch immer weiter ausdehnen. Dass wir einfach immer weiter und auch weicher werden. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist jetzt nicht, uns zusammenzuziehen und gegen die da zu kämpfen, weil die da alles kaputt machen, sondern unsere Aufgabe ist es, einfach leicht zu sein, fröhlich zu sein und jeden Tag einfach die Liebe in die Welt zu bringen, die guten Vibrations in die Welt zu bringen und vor allen Dingen auch das zu sein, was wir in der Welt sehen wollen. So wie Gandhi das gesagt hat, sei der Unterschied, nein, sei die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Also sind wir doch einfach die fröhlichen, liebevollen, die lustigen, die leichtfüßigen, die an Blumen schnüffelnden, die Bäume umarmenden, die mit Hunden spielenden und Katzen kraulenden, die sich jeden Tag freuenden und die lächelnden, verschenkenden Menschen, die wir da draußen sehen wollen. Fangen wir doch einfach mal mit uns selber an. Heute, jetzt, hier. Genau, ja, ich wünsche dir mega viel Spaß dabei. Halt die Energie hoch, halt sie oben und lass dabei ganz viel das Hörnchen rein.